Hamburg hier oder irgendwo unterwegs ist, sowas sollte man nicht verpassen. Denn leider auf der St. Michaeliskirche ist es abends nicht mehr möglich. Da wird das geschlossen, der wunderschöne Turm hier, 132 Meter hoch, oben eine Aussichtsplattform. Da war ich schon mal aus dem einfachen Grund. In der St. Michaeliskirche gibt es eine alte Tradition. Die lautet einfach, frechig geheiratet, heute muss sein Schwingermonster. Meine Schwiegermama war auch nicht einfach, lieber drüber springen oder so umzulaufen. Aber zwei Kollegen mussten noch helfen heute.